Willkommen beim Sommer Tutorial, heute zeige ich euch wie man den Richterofen Part macht und ich will mich schon mal entschuldigen, denn ich habe es nämlich versaut den Saunen aufzunehmen. Fürs Richterofen muss der Strom an sein und ihr müsst die Jetgun haben, die Jetgun baut sich aus vier Teilen zusammen. Hier ist nur ein ganz kurzes Tutorial, die Jet Angel liegt meistens hier, ich werde nochmal in die Beschreibung einen Link packen, wo dann ein etwas längerer Weg gezeigt wird, wo man alle Sachen genau findet. So, dann zeige ich hier noch kurz, wie man so nach der Undoten kommt. Man muss einfach bei dem rechten Kornfeld einfach rein, immer rechts oder links halten, kommt auf an, in welchen Eingang man geht. So, und der Griff kann entweder hier auf diesem umgeworfenen Schrank liegen oder auf diesem umgeworfenen Aktenschrank oder letzten Endes doch in diesem Regal hier, wie es bei mir auch der Fall ist. So, das nächste Teil ist im Stromhaus, das sind die Kabel, die liegen meistens unten, zeige ich jetzt nicht, ich zeige nur kurz das Stromhaus. Dürft ihr ja wissen, wie es da drin so aussieht. Und das letzte Teil ist das Thermostat, das findet ihr bei der Cabin in the Woods, ist auch übrigens Film, deswegen habe ich es nur so gesagt, so ganz normal in der Stadt zusammenbauen. Wie gesagt, ich mache nochmal einen Link in die Beschreibung, damit ihr den genauen, detaillierteren Weg seht. Und dann müsst ihr ja wieder zum Obelisken. Wenn ihr bei der Feuerstelle reingeht, rechts, links, rechts. Wenn ihr vom Stromhaus her kommend in das Kornfeld reingeht, links, rechts, links. So, dann seid ihr hier am Tisch. Die Grundlage, denke ich mal, habt ihr auch schon gemacht, wenn nicht, guckt einfach in meinen letzten Videos und da werdet ihr das auch finden. So, was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst die Jetgun rausholen und müsst auf den Meteoriden zielen und das Teil so lange benutzen, bis es auseinander fliegt. Ihr seht dann, dass die Teile von der Jetgun brennen, die könnt ihr wieder aufheben, wenn ihr wollt und wieder zusammenbauen. Die braucht ihr aber für den weiteren Verlauf erstmal nicht. So, dann sagt Richtofen, er ist genug aufgehitzt, der Obelisk. Jetzt müsst ihr hier drunter Zombies töten. Die Zombies müssen natürlich in diesem Umfeld von den Obelisken getötet werden, damit es zählt. Irgendwann kommt die Stimme von Richtofen, dass es genug sei. Das Problem hierbei ist, dass nur Martin, also der etwas dickere, mit dem Schnauzer Richtofen hören kann. Wenn der die Stimme hört, könnt ihr aufhören und mit dem nächsten Part beginnen. Der letzte Part des Richtofen-Easters ist ein bisschen Glückssache, denn zwei Spieler brauchen mindestens zwei EMP-Granaten. Ich erkläre jetzt nur die Vorgehensweise für zwei Spieler, denn die für drei und vier Spieler ist natürlich selbsterklärend. Richtofen sagt, wir haben jetzt zu viel Strom und müssen den Strom durch vier reduzieren. Das macht man, indem man EMP-Granaten an diese grünen Lampen hier wirft. So, und das macht man zu zweit, indem man schon mal einen Teleporter dahin macht, also so einen Bewohner des Waldes dahin bringt, dann gräbt er sich ein und dann ist der Teleporter da. So, dann wirft man gleichzeitig die EMP-Granate, springt natürlich auch sofort in den Teleporter rein, zückt gleich wieder die zweite EMP-Granate und wirft die auch gleich an die Lampe. Jetzt hat man auch dort wieder ein bisschen Glückssache, dass man nicht am gleichen Ort landet oder an dem, wo der andere Spieler die EMP-Granate zuerst reingeworfen hat. Jetzt zeige ich euch hier noch, wie die Lampen danach aussehen. Anstatt rot, wie bei dem Maxis Easter Egg, sind die Lampen jetzt blau. Und ich habe im letzten Video noch vergessen zu sagen, dass der Fortschritt der beiden Easter Eggs und der Tisch in zukünftigen Spielen natürlich noch weitergetragen wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Bye. Bis zum nächsten Mal.